Hallo und willkommen zurück, also was kann man immer gebrauchen, aber ich will kein, oh nee, Tiefenbohrer will ich nicht. Ja, kann man dich nicht einfach ablegen, doch da. Ja, der Herr hat sich einen jetzt aufgebaut, ne. Ich muss ja gleich reinstoppen, nehmen wir erstmal mit, besonderer Kompass, das Kopp brauche ich nicht. Persönliche Zimmer, ähm. Ähm. Sie sind zu schwer an Diät, ne. Geh zurück. Was ist dein größter Gegner? Was ist die Quelle Dauer auf der Zufriedenheit? Ich hab sie nicht wirklich 100% gelesen, hab sie nur kurz überflogen, aber ist okay. Vielleicht mittlerweile Baba? Aha. Hm. Ah. Filistische Waffen und 50% Hilfe. Nehmen wir erstmal alles mit. Können wir ja eigentlich in uns reinstopfen. Hilfe. Sind wir auch einmal satt. Jetzt gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Gucken wir uns mal was zu finden. Was gibt's denn hier noch Schönes? Und scheint nicht viel. Erstens. The. Bist. The. Säge. Joe. Das. Bist. Die. Die. Das. Hosenwahl. Und du bist hier irgendwie... Dann hättest du mich längst ein... Ich hab radioaktives Material hinzugefügt. Hütenkopf. Okay. Dann soll sie nicht aufhalten, ne? Gibt es denn hier oben noch irgendwas? Ich werde jetzt... Nö. Dann wählen wir uns mal vom Begleiter mal die... Dings wiederholen. Diese Animation, ne? Ich kann sie nicht mehr sehen. Als nächstes machen wir die Mission durch haben. Machen wir noch ein paar Nebenquests machen, mal gucken was passiert. Er wirkt die Kraft. Was machen wir erstmal einer Mission? Fertig. Fertig. Nützt die Kraft irgendwie gar nicht, ne? Bin ich. Na, forschte Route. Ja, ich muss ja irgendwie... Nicht genügend Treibstoff. Mich zeigen, genau. Dann springen wir erstmal dahin. Ein Spiel voller Ladebildschirme. Ein Spiel. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich bin. Ich bin. Ein Spiel. Das war's für mich. Oh nein, ich will nicht. Lasst mich. Ich will mich nicht mit euch anlegen. Ich habe da gar keinen Bock drauf, weil ihr mir auf den Sack geht. Äh, ist eigentlich auch egal. Komm, spring. Jo, und tschüss. Ah, meine Schilder sind offline. Ah, war nicht mehr langer. Klack, 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 klack. Ja, ja, kennen wir schon. So am 300. Mal. Das war nur so geringfügig nervig. Wow, toll. Hier ist nix. Wer ist gar nicht, wo ich hin muss. Genau, Hüller. Jetzt springen endlich. Geht's ja die halbe Folge nur mit Sprühen? Ist ja auch echt langweilig. Jetzt geht die kaputt. So, da stehen wir an. Ich finde den Stacheln des Skorpions. Oha. Oha. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer ist noch rein? Hat ein riesen Gottesanbieter drin? Inventar habe ich jetzt noch? Gucken wir gleich mal. Du bist sehr hässlich. Weißt du was? Gibt es nicht irgendwo mal Kräfte? Ähm... So. Tiefer. Wandert. Einen von euch Idioten habe ich da schon umgelegt. Guck, die werden mich gleich angreifen. Hm. Ist das da Erdbeeren? Dann. Dann. Ich werde das noch weiter... Oupsi. Gibt es hier noch irgendwas? Was ist das Geheimnis? Ach, sein Map muss da hin. Was ist das Geheimnis? Hier ist der Stachel des Skorpions. Ja. Was sagt ihr? Was ist das? Das wird der Stachel sein. Ja, das ist ja richtig. Unbekannt. Gibt es hier irgendwelche Hinweise? Irgendwas, was ich aktivieren muss. Wie das rätsel noch nicht? Nichts. 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 Ich weiß ja nicht, was ich hier machen soll. Nichts. 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 Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Was passiert jetzt, wenn ich hier irgendwo... Irgendwie ändert sich auch nichts, ne? Was ändert sich denn jetzt hier? Irgendwas scheint mir noch zu fehlen. Mit der Ruin, finde den Stachel des Skorpions. Hm, gucken wir mal. Wann haben wir sie mal über den Haufen. Hm, auch nichts drin. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, finde ich, habe ich. Den Stachel gefunden. Oh, da hat der Spiel wieder irgendwas nicht geladen. Nein. Oh, ey. Langsam ist es so ein bisschen unerträglich, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was steht das? Rätselnig. Ich muss mich innerhalb dieses Feldes bewegen. So. Ich verstehe jetzt nicht. Fehlt mir noch irgendwas? Oh. Ich weiß es nicht. Wirklich. Oder muss ich jetzt das Ding einfach ab? Ich weiß jetzt nicht, was ich getan habe. Ich muss die Punkte abfahren. Was? Helse zum letzten Stern des Sternbildes Skorpion. Okay. Ja. Hätte man das durch Zufall gelöst. Wo muss ich denn da hin? Ich bin ganz schnell weit weg. Ja, spring. Ich hab keinen Bock auf euch. Biss mich jetzt einfach. Boah, Alter. Weg. Okay. Ist ja wieder alles. Ich will doch nur hier irgendwo hinfliegen. Ich muss von Stern zu Stern fliegen. Ich will mir eigentlich auch mal ein größeres Schiff leisten. Ich weiß nicht. Nee, hier muss ich nicht hin. Ich muss noch viel weiter weg. Und zwar dahin. Und Sprung. Ich weiß nicht, wo er zwischendurch auftankt. Aber erst bin ich außerhalb der Reichweite. Und dann auf einmal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe das einfach eine richtige Wahl in lassen dich gehen. Ich kann mich selbst sprechen. Constellation Chip, Sie waren nicht geholfen, aber viel unserer Konversation war über Sie. Es ist nur wichtig, Sie sollten uns mit uns beitragen. Ich persönlich versuche Ihre Sicherheit, so lange Sie kommen in peace. Ich denke, es ist eine Begegnung. Du bist eine Chance für die Antworten, die du wunderschön möchtest. Den docken wir da jetzt mal an. Ne, ich sollte doch andocken. Jetzt geht's aber schnell. Ja, Sauerstoff. Mehr Falschen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aber ich glaube, wir werden das in der nächsten Folge machen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.